Den Lehrlingshaustausch gibt es, damit wir alle Lernenden über alle Lehrberufe von einem Ort zusammenbringen können. Das Ziel ist, dass ich wichtige Informationen allen Lernenden aufs Mal mitteilen kann, aber auch, dass man mit dem anschliessenden Mittagessen gemeinsam mit Kultur gründen oder bilden kann und auch mal über andere Sachen reden kann wie Berufsbildung. Der Lehrlingshaustausch ist etwas Einzigartiges wie das Ensyrian, weil wir uns Lernenden auch gegenseitig unterstützen können. Der Ablauf des Lehrlingshaustauschs ist so, dass wir etwa 30 Minuten zuerst ein Gespräch miteinander haben, mit allen Projekten, die wir im Moment haben, alle Informationen. Und dann gehen wir miteinander in Mittag, gehen essen und je nachdem, wer noch will, geht Ping-Pong spielen hier bei der Skybar.